Das kann ich nicht benutzen. Sind jetzt keine Ads mehr da? Na immerhin. Boah, danke. Das, das habe ich mir gewünscht. Weiß halt auch nicht, was wir da sonst machen sollen, wenn ich, mir fehlt halt echt. Krass, dieser Charge. Ich habe gedacht, beim Schuhe umziehen, das wird schon nicht so schwer werden. Wir können erstmal reinläufen, das ist auch ein Traum, aber. Das wird schon nicht so schlimm werden, weil wir ja nicht HC spielen, wo ich einfach sterben kann, so viel ich will. Aber, dass wir jetzt hier natürlich so einen Stützpunkt mit Level 35, 35 plus machen, ist natürlich ein bisschen dumm und ein bisschen ätzend deswegen. Kann ich hier teilnehmen an einem aktiven Kampf? Nein. Und wir müssen wahrscheinlich auch wieder von vorne anfangen und mit ihm alleine genauso fertig werden wie mit dem Rest. Ich muss noch etwas warten. Ja. Ausrüstung ist auch noch zerstört. Ich glaube, das macht nicht so richtig viel Sinn. Ehrlich gesagt. Der klatscht halt auch meine Wölfe super schnell um. Und mich auch. Und es laggt. Also ich meine, Wölfis kommen halt wieder, ne? Und so wie es aussieht. Oh, fuck you. Ich hasse dich. So wie es aussieht, mir halt auch erst, wenn der halb down ist, äh, wieder was zum Heilen. Und daher weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, wie wir das packen sollen. Ja, ich stehe natürlich auch in meinem gegebenen Scheiß, aber auch seine normalen sind halt schon. Das brauche ich gar nicht machen. Wir können da ja halt auch nicht wieder rein. Ich kann nicht. Ja. Um da nochmal weiterzumachen, wo wir waren, dass wir es wenigstens Step-by-Step schaffen würden. Ja. Egal. Wir gehen jetzt dahin. Und das machen wir von... von da aus. Denn es nervt mich hier zu sehr. Ich habe es lange versucht. Aber so macht es keinen Sinn, weil die drei schaffe ich nacheinander auf gar keinen Fall mit nur fünf Tränken. Das... Ja. War, glaube ich, ziemlich viel Zeitverschwendung. Aber naja. Haben wir noch was, was wir hier kurz schmiedipieden können? Warum glitzert das so? Ach so, weil ich reparieren muss wahrscheinlich, ne? Das ist zu hoch. Ach ja. Natürlich kriegen wir Loot, was besser ist. Ich würde es ja nur mit Tornado gerne behalten. 8000. Das ist mehr als die Hälfte von dem... Ja. mehr als die Hälfte von dem, was wir überhaupt besitzen. Das ist super duper ärgerlich. Haben wir hier eine Truhe? Nein, haben wir nicht. Sonst hätte ich gesagt, wir gehen mal ganz kurz... Können wir nicht hier unten rum? Wir müssen darum gehen, um hier irgendwo hinzukommen. Alles darum... Okay, dann reisen wir nach hier. Wenn es da keinen Weg nach unten gibt. Ich meine, ich habe die Karte nicht aufgedeckt. Ich sehe es nicht richtig. Gibt es hier eine Kiste zufällig? Nö. Okay. Dann laufen wir einfach mal dahin. Das würde ich jetzt gerne noch machen, diese drei. Also das zweite, das dritte von dieser Quest. Dass wir das wenigstens noch fertig machen. Und dann würde ich vielleicht noch mal kurz bei Baldur's Gate reinschauen. wenigstens so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde vielleicht. Das wäre ganz cool, Jo. Oh, warte. Das mitnehmen und das mitnehmen. Lasst mich alle in Ruhe. Von euch grünen Geistern habe ich gerade zu viel. Oder mehr als genug, sagen wir es mal so. Wie weit muss ich denn hier laufen? Ich dachte, das ist ganz kurz, weil wir irgendwie... Direkt darüber irgendwelche Reisepunkte haben. Aber... Scheinbar... Scheinbar ist dem nicht so. Irgendwo noch was zum Teleportieren, was wir wenigstens finden können. Hoffen wir mal das lieben. Ereignis. Ja, können wir das leider machen. Dann wird die Aurea. Dann wird die Aurea. Dann wird die Aurea gefeiert. Dann wird die Aurea gefeiert. Dann wird die Aurea gefeiert. Wenn die Aurea gefeiert wird, dann ist die Aurea zu machen. Dann ist die Aurea gefeiert. Äh... Dann muss die Aurea gefeiert werden. Dann wird die Aurea gefeiert wird. Dann wird die Aurea gefeiert wird. Das haben wir alles später ein. Oh. Ich muss noch etwas warten. Yay, ich gucke 22. Gerade noch mit dem Rest. Von unserem Elixier. So, den da unten holen wir uns gleich. Wo kommt ihr denn jetzt noch her? Okay, du. Dankeschön. Alles nehmen wir mit. Und dann reisen wir hier lang. Ist hier noch irgendwo ein Punkt? Nein. Wie läuft das so? Weil es Feuer ist, wahrscheinlich eigentlich nur. Aber hier muss es doch irgendwo einen Reisepunkt geben. Und nicht nur ein Heil-Dings. Weil es auch so ist. Also noch so was. Das heißt, ich kann da nicht durch, weil da Feuer ist. Das sind auch wieder 35, oder? Ich sehe gerade keinen. Ja gut, ein bisschen was mussten wir da eben in dem auch machen. Oh, das ist das Schlechte. Hier ist auch wieder ein Boss, der sicherlich auch 35 ist. Habe ich schon gesagt, dass ihr alle kacke seid? Warum kriege ich denn hier eine Quest, wo in jedem Gebiet, wo ich diese Sachen holen muss, irgendein Scheiß-Stützpunkt ist, der Level 35 erfordert? Also ich meine, wenn ich 30 wäre, okay. Aber jetzt gerade 22 geworden ist halt schon ein bisschen heavy. Und das ist dann super frustrierend. Und ich habe so viel Frustration heute gehabt. Mit dem ganzen Stress vorab. Wenn das dann halt auch alles nur ätzend ist, weil die einfach so stark sind, wo ich dann auch noch nicht mal besonders gut spiele. Ich bin noch nicht bereit. Dann ist es halt extra kacke. So, hier werde ich jetzt als erstes stärken. Hier war die nicht mehr kacke. Das ist ein blauer Mist. Und wie lange ihr da seid, ist glaube ich noch schwieriger für mich. Ich bin noch nicht bereit. Ich hab keine Wölfe mehr. Das ist auch toll. Jawohl. Ja, raus bitte. Da raus. Da auf mich zu hauen. Wo bleibt denn ein zweiter Wolf? Bitte? Geh raus. Das kann ich halt nicht mehr heilen. Überreste von Dorfbewohnern. Ah, ich will nicht. Das macht doch keinen Spaß so. Ich will doch hier nur das blöde, 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 blöde Kackbuch kriegen. Und ich weiß nicht, wo das liegt. Das heißt, ich weiß auch gar nicht, wo ich hier aufmachen sollte, damit ich da schnell hinkomme. Und es sieht nicht so aus, als... Ja, die sind halt auch nicht mal miteinander verbunden. Ich weiß es nicht. Können wir die einfach alle löschen? Ja? Oh, einmal hin. Nein? Okay, können wir nicht. Wollte gerade sagen, dann wäre es ja wenigstens was. Können wir nicht alle mal. Ich will euch nicht töten. Ich will hier nur hingehen und gucken, ob hier irgendwo das Buch liegt, was ich brauche. Mounten kann ich jetzt auch nicht mehr. Das ist super. Laufen kann ich auch nicht mehr. Kann ich da bitte durch? Mein, ich muss noch etwas warten. Ja, dann kann ich die Quest-Full jetzt noch nicht machen, wenn wir nicht 35 sind. Diese kacke Beets-Erlösungs-Scheiße. Zum Kotzen. Echt zum Kotzen. Ich laufe da jetzt noch einmal mit dem Pferdchen hoch und gucke, ob das ganz hinten am Ende noch liegt. Okay. Wenn wir wenigstens alleine gegen den Campen haben, dass der ganze Trash dazukommt, dann hätten wir vielleicht eine Chance. Ich muss noch etwas warten. Ich muss noch etwas warten. Das ist ein Trash. Mann, ich habe doch schon Kuh gedrückt. Warum habe ich mich nicht geheilt? Aber wir haben es gesehen. Da liegt es. Okay. Na, dann gehen wir wenigstens nur hin und holen das. Der ganze Rest soll mir jetzt erstmal egal sein. Warum bin ich denn nicht aufgemountet? Geht alle weg. Ich muss nur dahin. Der Rest ist mir doch egal. Okay, dann haben wir wenigstens das. Dann gucke ich mir den letzten Ort auch nochmal an. Auch wenn ich befürchte, dass es da genauso kacke sein wird. Und vor allem ist das ein ziemlich weiter Weg. Wir gehen mal dahin. Ach, können wir nicht? Ich fürchte, da wird es genauso sein. Also ich meine, wenn wir da jetzt irgendwie so halbwegs hinkommen. Ich habe, glaube ich, echt Glück gehabt gerade, dass ich genau den Weg aufgemacht habe, wo das Ding dann auch lag. Hier gibt es auf jeden Fall eine Kiste. Das heißt, ich könnte... Zum einen könnte ich hier den ganzen Schund wieder wegwerfen. Zum anderen könnte ich dann aber auch das hier anziehen. Dann kommt das weg und dann packe ich da gleich Steine rein. Obwohl, der kann auch wegschwächendes Gebrüll haben wir nicht. Was ist das? Brauchen wir auch nicht. Brauchen wir auch nicht. Was ist hiermit? Das sieht schon mal nice aus. Das sieht auch sehr nice aus. Aber ich habe jetzt gerade... Habe ich den noch? Ne, das ist wieder was anderes. Was war das? Kritische Trefferladen, Gegner. Das ist, glaube ich, das Gute, was ich auch eigentlich nutzen wollte, ne? Zählen wir das mal an. Und dann kann das da weg. Gar nicht mehr lange überlegen. Ja, das kann man noch verwenden. Ja, kann man noch verwenden. Das ist auch traumhaft, dass man das kann. Man kann das hier nämlich auch weg. Das kommt auch weg. Den könnte ich dann noch anziehen. Aber... Was war hiermit? Das ist offhand, ne? Wenn wir zwei Einzelne hätten. Okay. Ganz kurz noch hier. Für Waffe. Was macht er das? Neun Schaden von ultimativen Fähigkeiten. Widerstand gegen alle Schadensarten auf Schmück. Barriereerzeugung. Wir könnten ja einmal Barriereerzeugung da reinmachen. Und was haben wir hier noch? Das war Rüstung, ne? Sieben Schadensreduktion. Bei Kontrollverlust. Von einem Schaden über Zeit. Maximales Leben, finde ich gut. Und Waffe kriegt. Was kriegt denn Waffe mal? Was ist hiermit? Zwei Leben beim Töten eines Gegners. Drei Prozent erhaltene Heilung. Wäre auch nicht schlecht. Das kriegt die Waffe. Basis. Und Basis. Das kommt weg, das kommt weg, das kommt weg. Das kommt irgendwo anders hin. Und das ist ja auch nicht gut dahin. Okay. Und wo muss ich jetzt lang? Sagt er mir gar keinen Weg? Hier gibt's keinen? Gucken wir mal. Ahnung. Stadtportal. Ja, weiß ich doch. Ach, wir können auch noch einen Talentpunkt ausgeben. Wir müssen wahrscheinlich erst hier aus diesem Gebiet raus, weil man das ja nur hat, wenn man das aufgibt. Warte. Einmal bitte drunter durchducken. Was mussten wir hier machen? Was ist das? Ach so, hier müssen wir die Regen. Sind die denn wenigstens auf meinem Level? Dann können wir das auch schnell machen. Ja. Deswegen haben die auch alle eben schon geläuchtet. Ja, dann können wir die hier mal eben beim Haus bringen. So, ich hab gerade, glaube ich, den Ring verkauft. Ohne Sockel, den ich gar nicht tauschen wollte, den ich nur getauscht habe, damit ich ein bisschen Lebensregeneration habe, wenn ich außer Fight bin. und da hätte ich den anderen, glaube ich, gar nicht kaputt machen sollen, weil der nämlich den coolen Stein hatte. Aber egal. Okay, wie weit raus müssen wir hier noch? 24, ach, 100 brauchen wir davon. Okay, jetzt gibt er mir hier wenigstens auch einen Weg. Sehr gut, 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 gut. Okay, alles gut. So, haben wir hier mal was aufgedeckt? Sehr schön. Ich hab gerne hier noch mehr aufgedeckt und würde gerne sehen, ob es hier irgendwo eine Stadt gibt. Ich brauche mehr Zeit. Sieht nicht so aus, als gäbe es hier eine Stadt. Ich brauche Zeit, um das zu tun. Okay, nice. Wir kommen hier auf jeden Fall an. Oh nein, ist das ein Dungeon? Hoffentlich ist der nicht 35, sonst ging es ja noch. Glockenturm. Sag mir, dass der wenigstens auf meinem Level ist, dann schaffen wir das noch schnell. Tschüss. 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 Tschüss.